Und dann sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge Until Dawn und wir sind hier in unserem Privatkino. Wir suchen Sam, da sie oben nicht war. Und was bitter, fies, typo, termia. Ich glaube, das ist dieser übelste Kracher gewesen, glaube ich, von dem Typen. Hm, naja. Was sind das für Titel? The Devil? Das erinnert mich hier an The Evil Dead, das Plakat hier. Butter, Butterfeast? Ne, Bitterfeast? Pass, Feast? Das müsste eigentlich das hier sein, genau. Warum ist das zweimal das Plakat? Fein hier mit Gabel und Löffel. Hm, sehr aussagekräftig. Ja, nee, ist klar. Was soll das? Hm. Hm. Welche Tür nimmt man? Nehmen wir erst mal die hier. Das ist so abartig. Was? Das ist wirklich gruselig. Okay. Das erinnert mich so, wenn ich nicht wüsste, dass es... Warte mal kurz, hast du das gerade gesehen? Äh, hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie... Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh, Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab... Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war... Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ich hab's gesehen, also beharr ich drauf. Nein! Du irrst dich! Es war da! Und ich bin mir sicher, Chris! Schon gut, schon gut. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns... Lass uns Ruhe bewahren. Oh, wenn wir hier unten langsam wäre... Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh, Gott. Los geht's. Nee, was ich eigentlich sagen würde... Das erinnert mich an... Ich komme nie auf den Titel des Films. Hier kann ich rein. Kann ich nicht. Von Stephen King. Das ist oft mit so einem Haus oder Schloss. Dass sich dann auch einfach mal ändert und die Räume nicht mehr da sind, wo sie hingehören. Beziehungsweise Türen auch hinzugehen. Wenn wir irgendwo mal hinsicht setzen. Also wenn man nicht wüsste, dass sich das echt hier so automatisch besteuert wird. Beziehungsweise von dem Psychopathen. Dann könnte man das echt ein bisschen anders interpretieren. An das Ganze hier. Was war das denn schon, Bruder? Wir müssten ja normalerweise... Das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier Luft? Oh Gott, hab ich mich hier geschrocken. Ich habe einen Schau geförstet. Sehr schön. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Und dieses Gespenst. Da, 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 Chris. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wird sich passieren. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Was? Oh nein. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Ja. Sieht wohl so aus. Oh, schon die Musik alleine. So schon mal hier seine komische Puppenmusik. Und wo finden wir jetzt? Warte. Frisk, 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 der Geist. Was? Hast du es nicht gesehen? Nein. Du hast mit dem Handy gespielt, du Dev. Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt. Äh, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der, der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war was. Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. So wie Hannah. Warte, warte, warte. Oder wer wie Beth? Scheiße, Ess. Was? Was glaubst du, die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Aber ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen, weil der Seance griffst? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Halterung kaputt? Nagel rausgefallen? Keine Ahnung. Ach so. Ich such den verdammten hässlichen Schlüssel. Wo finde ich denn den Schlüssel? Was ist das denn hier? Ach so. Hier sehe ich dann, dass was umgekippt ist wahrscheinlich. Das heißt, da gehen wir erstmal nicht lang. Da wird wahrscheinlich der Schlüssel nicht sein. Gehe ich jetzt einfach mal raus. Logisch gedacht. Und ich glaube, der Geist ist ein Hinweis. Aber was hat es mit dem Puppen auf sich? Vor allen Dingen, warum fehlen die Augen? Was ist das hier schon mal da? Was ist das? Ja gut. Sag doch. Na bitte. Da. Oh mein Gott. Da, da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Oh, das ist, äh... Siehst du? Das ist, äh... Du siehst das, du? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Ich gehe da mal noch nicht lang. Man kann da hinten nicht zu viel hier machen. Ich denke, wir müssen nachher da drüben lang. Gehe ich von aus, um einfach den Weg zu folgen. Das ist unglaublich. Und... Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Jep. Da hast du recht. Alter, was ist das denn krankes? Woah, 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 woah. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus. Nicht nur fast. Das seid ihr. Im Versteck. Wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau... Ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand. Oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand... Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erscheinen. Nein. Es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Ha! Ha! Äh... Ja, gut. Ein Tagebuch? Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse die Warterei. Bis jetzt haben ich, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott! Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu! Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer, Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu traurig, Chris. Ich weiß schon, warum ich Puppen hasse. Eindeutig. Und ich gehe trotzdem jetzt mal hier hin. Weil... Sie sieht dann das, genau. Keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Und dann müssen... Ist der Griff schon wieder weg? Okay. Hat er den Griff dann wieder abgemacht, oder was? So, wir sind jetzt... Oh, wie gruselig mit Nebel. Äh... Äh... Oh, 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 oh! Oh, nein! Verdammt! Oh! Chris! Chris! Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt! Da war... Irgendwas. Aber wo ist es hin? Weg. Und das ist gut so. Ah! Ne? Ist ja... Bissar... Also manchmal ist die Kamera... Oh, ich trau mich nicht. Ich mach's einfach. Äh... Äh... Ist das... Ah, es gehört zum Unbekannten. Versteckte Kamera, Fundort, Lodgekeller, eine Videokamera, versteckt hinter einem Kart... Achso, einigen Kartons. Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werd nicht gern beobachtet. Besser? Wie wär's mit angucken einfach mal? Ich werd einfach mal Kamera ausmachen, um sich das da anzugucken. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Was soll ich das verstehen? Da! Eine Grieberne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Leuchtmittelkatalog. Äh... Ein Katalog für spezielle Leuchtmittel. Die eingekreiste Birne gehört zu einem bestimmten Projektortyp. Originallampe für RB-Projektoren. Eine Lampe mit Gehäuse, 96 Watt, durchschnittliche Laufzeit wahrscheinlich, ähm... 5000 Stunden. Ja, das ist ne Waldchen. Und ja, wir nehmen die Schere. Hallo? Pack sie ein? Wofür auch immer sie irgendwann gut sein mag. Wir nehmen erstmal alles mit. Kann er nicht scharen? Was haben wir hier denn schon wieder? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Wieso läuft... Und dann denken wir, gruseliger geht's nicht mehr. Erinnert mich ja gar nicht... ...an Annabelle. Und wir sind aus der Kine... ...kackalaken durchgekriecht. Aber es ist interessant alles, was wir vom Psychologen gefragt haben, vor was... ...wir Angst haben oder so. Taucht hier irgendwo irgendwie wieder auf. Auch ein Kackalaken war ja auch was. Ähm... Hallo? Es... ... Und hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Der ist riesig. Chris? Ich glaube, ich will nicht weitergehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber... ...das müsste doch hier unten sein, wo dann auch Sam ist. In aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wo ist es so von dem hier? Das? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ach du Scheiße. Oh, ist das gruselig. Ist das gruselig. Aber... Okay, das ist zu. Halt. Hier irgendwas? Ne, hier ist auch nichts. Ja. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich... Ich hab mein Limit auch erreicht. Ich hab doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert, der Rücken... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht. Und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du's wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich mein, wer lässt dich gern verarschen? Mich verarscht dir niemand. Das denkst du. Was? Chris. Wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Jupp, da hat sie vollkommen recht. Sie ist ehrlich. Sie ist hilfsbereit. Oh, die Romantik ist vor etwas Glück in den Gang. Jetzt hab ich natürlich gar nicht darauf geachtet. Das Verhältnis zu Chris. Das wird schon passen. Ähm... Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Ashley hat die Schere genommen. Hä? Okay. Echt? Gefahr erkannt? Gefahr gebannt? Wieso? Hätte man damit ermockst werden sollen oder was? Oh, ich hasse sowas. Ich bin nicht. Was war das denn? Macht der Geist jetzt auch irgendwelche Geräusche oder was? Was ist da? Was ist das denn? 18. August 2014 Absender. Quality Copyright TD 2001 Clark Edmund, Alberta Was? Das ist doch... Hä? 1952 Gefälschte Zeitung Ein Stapel alter Zeitung mit einem Bericht über Blackwood Pints Die Poststempe deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden Das sieht wie dieser Zeitungsartikel aus, den wir da erfunden haben Hier haben wir ja diese hier Äh... Hä? Was? Aber warum sollte man sowas machen? Er gibt doch ja keinen Sinn Hallo, lass mich nochmal durch Weißt du was? Nein Ash? Nein, ich hab genug Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris Ich hab wirklich auch echt Angst, aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen Ich habe wirklich Angst Äh... Ist wirklich so, aber er hat recht und somit sind wir einfach mal mutig und suchen Sam Boah, ich hoffe, das war jetzt richtig Sind wir mit ihr so weit weg gewesen? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen Dass wir hier so... Äh... Geht so Chris Ich hab wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen Verängstigt und beobachtet uns Als wäre es ein krankes Experiment Oh, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn Ja, oder? Hm Ja Ist schon echt ein krankes Spiel Ist halt so... So Komm, lass uns ein Spiel spielen So in diese Richtung Erinnert mich das echt Okay 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 Okay, da geht's nicht weiter Ich glaube, wenn wir es anfassen, passiert uns irgendwas Und von daher Nein, ich gehe weiter Ich hoffe, dass es keine Auswirkungen hat, dass ich es nicht gemacht habe Ich... Ach, warte schon Äh, nein, die große Tür gehe ich da noch nicht lang Und das hört sich auch nicht... Kein Stückchen gruselig an Nicht ein bisschen Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Nein, hier ist nichts Ne, okay Also müssen wir anscheinend da lang Gleich macht's bestimmt Knall Boom Tür zu Soll es grüßen Eindeutig Also die Szene ist ja Oh shit Das ist ja echt reizend Haken und Ketten Blutige Haken und Ketten Das sieht nach Schlachthaus-Zubehör aus Ja, so sein kleines bisschen Oh Mann Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefreund haben, dann ja, wahrscheinlich Mal gucken, was wir hier noch so haben Das sind wir Oh Nein Da sind zwei Xe drauf Oh nö Ich mein, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott Nicht gut Da ist Sam Mike Chris Ashley Ditt Wo ist denn Jess? Jess Oh nein Unsere Schwanzköpfe Oh nein Können wir nicht wahr sein? Oh, ekelhaft Das ist nicht zum Essen da Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin Ein Schwanker da war, der von der Decke hängt Er wurde vor kurzem ausgeweidet Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen Achso, da kann ich mir das nur nochmal wieder angucken Ähm, ne danke Muss nicht unbedingt sein Das ist jetzt nicht so mein Fall Da so ein ausgeblutetes etwas zu sehen Das ist das Und Es ist doch schön, wie die Puppe da aufgehängt ist Chris, wo bist du jetzt lang gegangen? Okay Du bist da schon lang Ähm Ja Und bevor wir hier diese Tür betreten Wollte ich sagen Verabschiede ich mich erstmal bei euch Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein Und ich sage erstmal Bis dahin